hallo leute und willkommen zu einem neuen video mit korina d heute spielen wir crash cars und ihr habt bestimmt schon bemerkt oh mein gott facecam ist am start ja ich weiß jetzt wie das funktioniert du kannst du auch bereit start todeskampf ich mach pot kaputt ich mach kaputt ja ich hab nein was soll ich hab denen richtig viel schaden gemacht ich habe vorher eine andere farbe ich habe eine andere farbe bekommen umfohlen verstärker er will mich anfackeln stirbt ja ich hab mich zerstört das ist mein kaputt das ist weil die bots nur ganz normale autos sind ihr müsst nämlich wir müssen nämlich wissen gigantische und legendäre autos die haben vorteile korea hd und ich wir haben ein gigantisch wir haben beide ein gigantisches auto ich fackel bot 2 ab ich fackel nicht ab ist mein kaputt Ja, ich hab dich. Ich bin erster. Ich bin nicht. Nein, jemand verfolgt. Sie haben genauso viele Punkte wie du. Jemand gefolgt, verfolgt mich. Ich bring ihn um. Ich bin erster. Du bist nicht erster. Doch, ich hab jetzt vier Kills. Ja, ich hab noch einen Kill. Ah, ich hab noch einen Kill. Ah, Hilfe. Ich hab so wenig Leben. Ah, er hat sich da so zu kommen. Riff du eine Landbiene. Ich fahr das Fass rein, da sterbe ich. Da kriegt keiner einen Kill. Nichts da. Komm, ich hab Laser. Okay. Oh, scheiße. Ich bin in den Bienen reingefahren. Ah, ich fack jetzt. Nein, was? Was? Ich bin verkurkelt. Nein, ich war gerade verkurkelt. Und ich bin tot. Wie viele Kill hast du? Fünf. Du bist der, weißt du? Ja. Was? Doppelderstörung? Was? Was soll das denn gerade? Die können die so gut zielen mit dem Laser. Das sind Bots, die haben Aim-Bot. Ja, die treffen einfach mit fast jedem. Ah, der hat mir gerade den Eingeschuss so viel. Alter, er chillt. Er chillt, Alter. Nein! Ich hab mich nicht von vorne gekommen. Du bekommst gleich mal eine Seitenkanone. Seitenkanone. Seitenkanone von Win. Ah, ich hab eine Bombe gemacht. Ich hab eine Bombe gemacht. Ich hab eine Bombe gemacht. Streukanone. Mist. Aber ich kann mich lenken. Ich kann sie nicht lenken. Warst du auch schon mal so leicht verkurkelt? Man kann sich irgendwie nicht mehr bewegen. Ach, was geht denn hier ab? Hä, warum hat mein Spiel gerade? Mein Spiel hängt sich, glaube ich, gerade auf. Oh, Schatz. Frisch mal einen Verstärker. Ich hab einen Armwärter da. Nix da, Bitch. Ja, ich hab ihn gekillt. Hilfe. Okay, ich komme. Mann, ey, das ist so unbelekt. Das war hinten, Kanone. Hab ich ihn? Nein. Boah, ich bin mir nicht. Aber ich bin mir gescheiße. Ja, frisch das. Oh nein, du hast ihn gekillt. Oh, was? Was war das denn gerade für ein Laser? Nein, du hast mich nicht gekillt. Das war der Bot. Wuhu. Ich lieg auf der Seite. Ich lieg auf der Seite. Was? Ich hab mal Volk freigeschaltet. Auf dem Dach. Ich hab mal Volk freigeschaltet. Nachivment. Boots, Digga. Was ist denn neben mich? Komm, da bist du schon tot. Ich erfolge gerade Bot 5. Ah, Mann. Da gibt es überfrozen. Ja, 5 soll aber sterben. Der hat noch so wenig Leben. Laser. Das kommt mir jetzt gerade nicht. Ziel, Rakete. Danke, Rakete, dass du niemanden getroffen hast. Nix da, Bruder. Laser. Oh, was ist los? Nein, nein. Nein, ich sterbe gleich. Ich hab auch nie jemanden getroffen. Ich hab auch noch nie mit dem Laser getroffen. Oh, da kommst du. Au. 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 Oh, scheiße. Was ist das? Nein. Ich wollte nicht noch einfrieren. Hallo. Ah, scheiße. Das ist jetzt hier, Rakete. Nein, du. Du wirst sie nicht bekommen. Ich hab sie umgelenkt. Scheiße. Du hast meinen Kill aber nicht bekommen. Kommt zu Papi. Kommt zu Papi. Flammenwerfer. Ich fack euch alle ab. Sieben Killz hab ich. Ich hab auch sieben Killz. Ich fack euch. Ja, es hat mich gekämpft. Was war das denn? Ich war auf dir drauf. Jetzt bin ich erster. Verstärker. Oh, was? Oh, nein. Oh, ich da. Oh, oh. Nein, nein. Ich bin immer noch erster. Jetzt nicht mehr. Nein, ich hatte... Nein, ich hatte... Nein, ich hatte... Nein, ich bin erster. Ich bin erster. Laserkanone. Nein, ich bin nicht erster. Bot 5 ist erster. Wow. Hey, warum hab ich 10 Killz? Jetzt bin ich erster. Ich hab auch 10 Killz. Aber ich bin erster. Gleich nicht mehr. Jetzt bin ich erster. Gleich nicht mehr. Jetzt bin ich erster. Tschüss! Mutz, mutz, mutz! Hatt ich ihn getroffen? Verstärker! Noch mit der Flamme erfolgt! Landbiene! Wieso musst du mich ranzen, du scheiß Haufen? Deiner hat ein Schild! Wer hat das Schild bekommen? Gib mir Öl mit! Mann 5 hat mich nicht lebt, ich muss ihn rammen! Nein, du! Ich dreh dich um! Nein, er hat Seitenkanonen! Nichts, du kriegst mich nicht! Nein! Ja, ich lebe! Ja, ich hab noch einen Kill! Nein! Nein! Ich hab ihn nicht zerstört hab! Ja, ich hab 13 Kills! Frisst das alle! Ah, ich hab Schild! Landmiene! Ich wollte dich noch gar nicht treffen! Öl! Oh nein, nein, nein! Was? Wenn man eingefroren ist, kann man gerolletet werden? Ja! Was ist das denn für europäische Scheiße? Öl! Puts, Digga! Puts! Ah, Doppelflappenwerfer! Ja! Scheiße gut abgefackelt! Nein! Streukanone! Nein! Er hat Öl! Das ist Öl! Ja, ich hab ihn doch! Ja, ich hab ihn doch! Schild! Was wollt ihr jetzt? Was wollt ihr jetzt? Ich hab Schild! Sie betraut! Druckfälle! Du hast mich getroffen! Aua! Ich fackel den Typen hier ab! Nein! Verpiss dich! Nein! Ja, Erster! Nein! Ich muss ihn umbringen! Ich muss ihn umbringen! Ah, ich flieg weg! Siehst du mich? Nein! Da kommt wer! Gib mir doch! Gib mir doch kein Schild! Nein! 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 Der ist gerade gewonnen! So eine andere Runde spielen! Du hattest auch 15 Kills! Ja, ich hab auch 15 Kills! Nur ich hätte weniger Todesfälle! Ja, deswegen warst du Erster! Auf der Mond! Hast du den Mond ausgedrückt? Ich konnte nichts auswählen! Oh, war die ganze Zeit, ne? Ja, war die ganze Zeit! Teleport! Oh Gott! Wo? Lol! Ich hab mich teleportiert! Bin auf dir gelandet und hab mich getötet! Und ich hab ein Archivband bekommen! Ich hab ein Archivband dafür bekommen! Oh, er hat seinen Kanon! Ja, ich lebe! Guck mal! Komm ruhig zu mir! Was ist das, Piaz? Nein! Du hast mich nicht getroffen! Ah, was war! Ich war gegen den Stein! Ah! Shit, Bitch! Das machst du jetzt, ne? Was machst du jetzt? Druckwelle! Ding! Ding! Nein! Nein! Teleport! Ha, die Rakete hat mich verfehlt! Was? Nein! Ich hab mich teleportiert! Und die scheiß Rakete hab mich immer noch getroffen! Ich geh in die Mitte! Neee! Neuer Spikes! Und ich werd getackelt! Ich hab wieder doppelt, weil die Rika! Ich bin ins Eis gefahren! Ja, wow! Nein! Nein! Du kriegst sie nicht! Nein! Oh, Scheiße! Ich wackel dich ab! Ich wackel dich ab! Das wird nicht sein! Nein! Du kriegst sie! Komm her! Nein! 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 Ich lass sie dir gehen! Laser, komm her! Was hab ich denn hier?! Also ich hab einen Laser! Boom, Digga! Aaaaaaah! Der ist One-Hits! Ja! Dann schliffst du jetzt an der Rakete! Wenn du da reinfährst! Ich hab doch schön den Laser reinfährst, ne? Ja! Ich wollte den Zuschauern zeigen! Aaaaaah! Stimmt! Jetzt haben wir uns beide, wenn wir dich getroffen haben! Das ist meins! Wow! Nein! Rakete! 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 Nein! Nein! Ich dachte ich bin ausgewichen! Guck mal! Ja! Das Rakete! Ja! Nein! Nein! Ja! Du hast mich gesehen! Ja! Du hast mich gesehen! Komm Laser! Hast du mich getroffen! Aaaaaah! Ich hab mich irgendwie gezogen! Hoffentlich fährt einer rein! Dann hab ich ihn gemacht! Haha! Hoffentlich fällt einer rein! Nein! Laser, Laser! Ah! Nein! Der Laser hat reingefahren! Du lebst aber! Hä? Wie lebst du? Ja! Weil der Laser nicht unexplodiert ist! Weil der Laser nicht unexplodiert ist! Das ist Raketen! Ja! Ich hab mich zerstört! Ich hab sechs Kills! Was? Wie hast du das denn denn bekommen? Scheiß Cheater! Ah! Ah! Nein! Nein! Ich bin bezäumt! Nein! Ich bin bezäumt! Ich bin bezäumt! Nein! Ich bin bezäumt! Er hat mich irgendwie seltsam benebelt! Na hab ich dich schon gewöhnt! Wann? Wolltest du mir an den Kling gehen? Ich weiß nicht! Ich bin bezäumt! Ich bin bezäumt! Warum hat der was einen Kanonen? Nein! 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 Ich stirb! gib mir Lebenskraft ich will keine Spikes gib mir Lebenskraft ich will keine Spikes ich will Lebenskraft nein ich bin eisgefallen nein ich bin tot verstärker ja den Katapult nein er hat einen Katapult ich habe mich zerstört wenn du da reingeklappt bist ja ich bin damit reingegangen ich mach dich kaputt ich mach dich kaputt hat ja super geklappt hihihi ich bin einfach 8 mal gestorben ja doch nicht vielleicht das war ein letzter Doppelkill gut 5 das heißt du hast doppelt so viel wie ich gleich aber nicht mehr ich fackel nicht ab ich fackel nicht ab stirb ja ich habe einen gekillt hihihi guck auf meine Wälder nein nein ich will nicht schicken meine Wälder hihihi Dinger was was nein nein ich habe mich auch zerstört Doppelte Zerstörung Alter das ist eine Doppelte das ist eine Doppelte recurste er ist meine Scheiss ich bin in seine Seiss Minen rein gefahren ich bin in lebenskraft meine lebenskraft jetzt ob ich jetzt auch in drei minuten als ob ich das doch aufholen 7 lebenskraft hier hast du lebenskraft ich habe doch eindeutig getroffen ich habe mein eigenes warst du auf der warst du zur runde schon mal schwarz an die gott ist mein öl ich war mein eigenes öl sein ja ich habe ihn getroffen ja ich hab zehn was was war schon war schon zu ende und ich war schon tot leser war schon seit fünf sekunden vorbei und ich war schon tot nein und ich bin gestorben ich habe öl bekommen und da ist er hinter mir her gefahren und ich habe ihn gemacht hallo hier hast du raketen hey warum haben die nicht getroffen ok sie haben getroffen ich habe einen vom öl erwischt öl vom präsidents und dann bin ich in die mine reingefahren tritt mich nicht doch nicht nein ich bin in öl reingefahren ich glaube das war mein eigenes öl fahren wir schön hinterher ok ja ja ich hab mich zerstört das ist 14 14 ich hab ich hab ich hab 12 ja 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 ich muss Öl kommen nein ja Der hat Öl! Der hat Öl! Der hat Öl! Ja und der hat Öl! Der hat zweimal hintereinander Öl bekommen! Nein! Ich wollte mich grad... Ich wollte mich grad wegteleportieren! Ich wollte mich grad wegteleportieren! Hallo! Du hast den Laser reinge... Du lebst? Du lebst? Ja! Da gibt's ihn jetzt! Nein! Du scheiß Drecksmine! Ja! Du bist in meinem Verboten-Flaufenwerfer reingefahren! Nein! Als ob er jetzt so wegkommt! Als ob du da am Leben bist! Ja, ich hab noch viel weiter gleich! Du hab' er nicht da! Ja! 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 Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Drei! Zwei! Eins! Ja! Ich bin dritter! Erster! Zweimal! Ich bin noch nie erster geworden! Ich bin dritter! 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 Das war's mit dem Part! Haut rein! Und tschüss!